Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handel 60 Sekunden, mein Starttrade beträgt 10.000 US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien in Metatrader 5 unter Berücksichtigung meiner Indikatoren in Metatrader 5 und den Tagesnews. Und das ist der Fall. Und das ist doch noch jen. sieht ganz gut aus hier steige ich ein gegebenenfalls nochmal mit 20k wichtig ist, dass man den richtigen Einstieg erwischt was du alles lernst mit meinem Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat du kannst dich gern bewerben jetzt gehe ich nochmal runter gehe ich nochmal rein du besetzt natürlich andere Summen der Starttrade sollte bei höchstens 1% des Gesamtkapitals liegen jetzt schießt er schön nach oben nach oben. Der Markt ist aktuell noch sehr volatil, weil wir einige sehr wichtige News heute hatten. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios.